Hey Leute, ich nochmal. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr mit einem Vorurteil zusammengekracht seid? Und ihr dachtet empört, wie kommt die oder der denn darauf? Das stimmt doch überhaupt nicht. Lars hatte neulich ziemlich mit Vorurteilen zu kämpfen, als er im schlechten Noten-Dschungel feststeckte und jeder eine Meinung dazu hatte, warum das so war. Zum Teil war das schon krass, was da rausgehauen wurde. Okay, meine Bemerkung, Jungs sind so und so, war auch nicht gerade hilfreich. Zum Glück ist Lars nicht nachtragend. Aber als wir neulich abends auf meinem Balkon saßen und den ersten Eistee des Jahres schlürften, kam er trotzdem nochmal auf das Thema zu sprechen. Schon krass, wie ihr mich so gesehen habt, meinte er mit einem Schmunzeln im Gesicht. Als wäre ich ein Gamer-Zombie, der beim Spielen die Kontrolle über sein Leben verliert. Ganz ehrlich? Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, exakt das schoss es aus mir heraus. Diese Bemerkung konnte Lars nicht unkommentiert lassen. Weißt du, was ich gedacht habe, als du hier aufgeschlagen bist? Wusste ich natürlich nicht. Nele warf beschwichtigend lächelnd ein, dass das inzwischen doch egal sei. Die Hauptsache wäre, dass wir jetzt beste Freunde sind. Typisch Nele, dachte ich mir. Harmonie um jeden Preis. Huch, genau genommen ist das auch ein Vorurteil. Aber so leicht ließ ich nicht locker. Vielleicht könnten wir uns wie in einem Spiel gegenseitig verraten, was wir bei der ersten Begegnung übereinander gedacht hatten. Lars legte sofort los. Als du, Kira, hier in den Laden marschiert bist, fand ich dich ziemlich arrogant. Bang. Arrogant? Ich? Das musste ich erstmal verdauen. Neugierig? Klar. Zu viele Fragen auf einmal stellen? Stimmt, leider. Aber arrogant? Hüftig. Lars meinte, ich hätte mich aufgeführt, als ob mir der Laden gehört. Woraufhin ich ihn daran erinnerte, dass er sich an diesem Tag die kompletten Tageseinnahmen unter der Nase hatte klauen lassen. Lars gab zu. Okay, ich sei ihm schon eine Hilfe gewesen, die Gauner zu stellen. Und ich musste zugeben, ich war damals wegen des Umzugs wohl echt etwas auf Krawall gebürstet. Das hatte aber nicht wirklich mit Lars zu tun. Mehr mit dem Ärger über Paps, der mich mal wieder ungefragt von einem Land ins andere verpflanzt hatte. Was Lars zu dieser Zeit natürlich nicht wissen konnte. Und ich wusste damals noch so gut wie nichts über ihn. Zum Beispiel, dass er in entscheidenden Momenten nicht am Bildschirm klebt, sondern man auf seine Hilfe zählen kann. Jetzt schaltete sich Nele ein und wollte wissen, was ich denn bei unserer ersten Begegnung über sie gedacht hätte. Ähm, dass dein Lidschatten echt blau ist, antwortete ich zögernd. Ein Strahlen ging über Neles ganzes Gesicht. Ich beließ es jetzt mal dabei. Die Wahrheit ist, dass ich Nele auf den ersten Blick anders eingeschätzt hatte. Klar, Make-up, Frisur und Co. sind ihr wichtig, aber lange nicht so wichtig wie ihre Freunde. Wenn es darauf ankommt, ist sie für uns da. Genau wie wir für sie. Und das ist es doch, was zählt, oder? Außerdem sind wir alle mehr als die Summe unserer Teile. Irgendein Teil springt einem zwar meist zuerst ins Auge, aber man sollte nicht verpassen, die anderen zu entdecken. Das ist es doch, was Begegnungen bunt und aufregend macht. Also, bleibt neugierig auf andere und auf euch selbst. Hasta la vista, eure Kira. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer Hey Kira, schreib über's Leben Such nach der Wahrheit Gib dich niemals geschlagen Bleib gut, ich trau dich immer Kira Kolumna Tschüss 你 avisか Es gibt Es gibt Die Säge Vielen Dank.